Schauen wir noch mal zum guten Tag in den Keller. Er hat sicher noch etwas für uns, das uns auf unserem Abenteuer helfen kann. Ja, komm! Ja, den Lollipop nehme ich gerne. Aber ich bin jetzt gerade eher hier wegen den Med-Supplies. Wir nehmen noch ein Med-Kit mit. Vielleicht noch ein Trauma-Kit. Jo! Konfirm! Danke! Ciao, Doc! Also, lasset uns aufbrechen! Ich will wieder sagen, wie schön, dass hier alles gezeichnet ist. Und jetzt fällt es mir erst auf. Das ist... Das ist... Ein Taxi-Automat. Ja. 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 Alongside Jessica Watts and another mourner, a beautiful elven woman in a six-figure outfit. Whatever Dr. Holmes was up to at Mercy Mental Hospital, the answers lie here, with the reinterred body of Melinda Watts, the recently diseased body of Sam Watts, and with those attending them at his ceremony. Let's go to the prison hall. There is also Jessica. The mourners stand graveside, listening to their catholic priests' words of prayer and solace. Jessica's face is filled with relief, as the last of her family is laid to rest. Ashes to ashes, dust to dust. Lord, receive the souls of Sam and Melinda Watts, mother and son, to live forever by your side. Amen. Thank you, father. I know that my mother rests easier now that she is finally in the parish cemetery. I am sorry for the recent loss of your brother, but I am glad that reinterring your mother's body here has brought your comfort. She loved this parish so. She opens her hand to the elf standing at Crossfucker. Thank you for coming, Lynn. Your support has meant the world to me. Now I can live again with my new family. The woman is a classic elder beauty. Confident, hoist, expensively dressed. Of course. I am glad this ancient ritual brings you some measure of solace. I hope you'll be able to put all of this behind you now. Jessica speaks to the rest of you. Thank you all for coming. I didn't realize Sam had so many friends. I appreciate your support and your friendship with Sam. I saw him out the night he died. Only fitting I see him out today. Sam may have had his problems, but he was our friend, part of the Union's family. May he rest in peace. Miss Watts, family members and friends, thank you for attending the service. I suggest we don't linger long. The cemetery isn't safe after dark. Thank you, Father. We'll be just a moment. Actually, if you could stay, I have a few things I'd like to discuss. I suppose, but let's keep Father O'Malley. I understand. Good night and God bless. The priest clasps his Bible to his chest and then moves at a brisk pace toward the neighboring church. Father O'Malley leaves, granting you an opportunity to speak with Jessica. But it's hardly a private conversation, as the elf, Lin, has chosen to stay and support her threat. As it so happens, Jake and Coyote have also lingered, lending you their support, too. All right. What would you like to talk about, Angel Wee? Let's go with your armut. Did you know that she was a man in the room? Jessica's demeanor turns oddly cool and stony in response to such a simple question. I'm afraid you're mistaken. Then can you explain how your body parts made their way into half a thousand recipients? You don't know what you're talking about. In einer klar wissen wir nicht, worüber wir reden. Wir haben es ja selbst gesehen durch Dresden. I know Sam helped your mother save lives. Through that donation, her jaw clenches. She wasn't a donor. She was a victim. A victim of my brother's greed. He took from her. Desecrating her body all to benefit himself. She would never have agreed to such a thing. Not einmal, um das Leben anderer zu retten, die eben wie Sam's. Cracks are starting to appear on Jessica's carefully crafted mask. Sam destroyed his own liver, pursuing Oblivion. Sam, that was his choice. Aber der ist geschenkt einer Mutter, bedeutet eine Chance für Sam. Ihr mother's gift meant a second chance für Sam. It was not a gift. It was stolen. And I wasn't about to let him destroy what little remained of her with his vulgar appetites. Also hast du, Holmes, angeheuert, um ihn zurückzubekommen. Jessica's eyes burn with righteous anger. Dr. Holmes made my mother whole again. He made it possible for me to place her to rest and say goodbye. He killed Sam. And half a dozen other people whose lives have been saved by your mother. She snaps. Those people were scavengers. Ghouls. They deserved to die for desecrating my mother's body. And poor Sam. It was his drinking and debauchery that drove my mother to the grave. As sure as if he had murdered her himself. My mother deserved honor and dignity. I gave her that today. She finally whole again. The proper Catholic burial. Those ghouls who stole her organs, including Sam, have paid the price for their sins. The beautiful elf breaks in. The essence of calm. Jessica, that's enough. We have business to attend to. My old family is dead and buried where they should be. They can't taint my new family now. They can't corrupt my children. I won't go through that again. Jessica, we need to go. Now. She presses a button on her cong. She sees at you. What happens now is on your head. If you had just walked away when I told you so, McCuskey would have eventually found Holmes, collected his lieutenant's badge and closed the case. But you had to keep digging. Now you and your friends have to die. Let their blood be on your hands. So's I yes. We will find you, Jessica. We will find you and whoever else will be on this side. We will take you to the Rechenschaft. We will find you. You guys will find you at the top. The bear will find you once again. You gotta poke them in the front. Treshing! Coyote! On the front! Treshing! 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 Jake has... Treshing! eine Pistole jetzt mal hier her mit der Pistole auf die Entfernung noch einer noch einer wie viele haben die hier? AIMED SHOT also das hat jetzt drei Hunde und Cooldown Tada! Einer weniger Coyote, mach ihn fertig die sind jetzt alle hier schön in Deckung wie viele Schergen haben diese Kretins? we need to find out where Sam's sister might have gone maybe one of these guys can tell us with a little encouragement hm das ist ja doch eine Idee und einer noch zack und weg Coyote dein Auftritt bye bye und er liegt gleich direkt neben den Sack wie passend Jake kommt mal her au soll das au feigenhunde hm Zeit unsere neue Knarre auszutesten würde ich mal sagen oder? BAM und weg hehehe Koyote trifft sie von hier? wirklich? BAM 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 ja immerhin immerhin BAM BAM oh BAM 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 hehehe you hear scratching coming from a crypt Das ist nicht gut Das ist sicher nicht gut Das ist sicher nicht gut BAM 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 Und weil es so schön war, gleich nochmal. Auf kurze Distanz und volle Kanne. Er hat 5 HP. Och, nö. Äh, Mann, ich hätte das jetzt für ein Nachladen ausgeben sollen. Vielleicht geht es sich aus nebenan. Hier ist Scratch incoming from the crypt. Looks like we woke up the neighbors. I got gold incoming. Hey, Angel V, maybe we can use this to our advantage. Vielleicht. Aber die sind jetzt aktuell immer hinter uns. Und die anderen Gegner sind vor uns. Nicht unbedingt vorteilhaft. Erstmal Rückzug hier. Knarre umschalten. Nachladen. Nachladen. Wie? Nein. Stroll. Weg mit dir. Er steht noch. Wie viel hat der noch? Vier. Mann. Jake. Job für dich. Äh. Lieber Nachladen. Ah, das kostet für ihn nix. Daneben, daneben. Ah, der kommt für den Nix. Der fällt dann. Und noch einer. Kriegen die jetzt aus allen Gräbern raus. Au. Was hat die überhaupt für Feuermodi? Niek. Minus einen. Minus eins AP. Koyote. Äh, nee. Dann stimmt. Wir haben ja einen für Nachladen ausgegeben. Oh, Mist. Äh, Koyote. Komm mal rüber hier. Oh, ho, ho. Der hat gesessen. Äh, Jake. Ernsthaft. Du triffst dich mal den Ghoul, der einen Meter vor dir steht. Noch mehr Ghoul. Au. Jetzt hier auch noch. Jetzt reicht's aber. Weg mit euch. Na, jetzt aber. HP. Minus sechs. Hm, die noch. Ähm, kommst du mal hier rüber. Kann. Alter, triffst du eigentlich irgendwas? Da kommt schon der nächste. Und noch einer. Das wird eine lange Nacht, Leute. Ja, jetzt ist langsam mal was. Endlich. So. Jake. Heil dich mal. Minus seit blockt. Ja, man hat ihn jetzt probieren können. Aber noch leben alle drei. Milord kann mich heute erstmal nur zum Lurk-Dienst melden. Virtual Venom, seien Sie gegrüßt. Ist Ihnen beauftragt worden, den Nachwuchs zu bespaßen. Versuchen wir es nochmal mit dem Präzisionsschuss. In der Tat sei es. So ist es. Nun denn. Erfüllen Sie die Ihnen aufgetragene Aufgabe. Mit Würde. Spreuschuss, sehr schön. Nochmal. Äh, nachladen. Dann. Sam, so, lass mal dich nochmal zaubern. Das kannst du anscheinend besser, als mit der Pistole schießen. Hä, he, he, he. Au. Äh, ne, hier. So. Weg mit dir. Weg mit dir. Einmal heilen. Milord, einen erfolgreichen Stream und wohlgesonnen Ehrenfrauen und Männer als Viewer wünsche ich euch. Ich danke Ihnen, Sir Venom. Objektive complete. Secure the Cemetery. Huh. Danke, wätsch mir mal den Söldneranführer aus. You listen as the sounds of gunfire and spellburst fade away and the silence of the dead returns to the cemetery. The man is beyond healing. As you look down at him, you notice the quality of his suit and shoes. This isn't a runner. And he's not from the streets. Jessica Watts, sie hat dich angeholt. Wo kann ich sie finden? You'll get... nothing. He convulses and dies. We don't know each other too well. But it seems to me that you need to find a better group of people to associate with. Du bist nicht der erste, die mir das sagt. Ja, well, it's part of living in the shadows. Do the research, Jummer. Diese Frau, Lynn, die kann ich bekannt für... Yep, she's a major spokesperson for the Universal Brotherhood. Her name is Lynn Telestrian. She's super rich. So shout this out. Hmm. Jake grabs the dead man by the throat. At first it looks like he's trying to kill him again. And then you notice that he's feeling for something under the skin. Yep, he's got a Corp ID chip. You watch as Jake pulls out his modified PDA and slots the chip. Mr. Wiley here was with Eagle Security. They work for the UB. That must have been Lynn Telestrian's security detail we just chewed through. If she's protecting Jessica, they'll be inside the Universal Brotherhood. If you're going to hit the Universal Brotherhood, I'm coming too. That psycho just admitted she had my friend Sam and a lot of innocent people killed. So she could put that mother back together. That is totally slacked up. Plus she and her elf buddy Lynn just tried to geek me. They're gonna hurt for that. Oh yeah, coyote. You does gerne helfen, do I? Set yourself, lady. I was only stopping by to pay my respects to Sam. Merk hits cause the Universal Brotherhood. Not my scene at the moment. I can call up some of the Lydos runner if you want to go there now. Let me know what you decide. There. Er wollte uns zwar nicht sagen, der gute Söldner ketten, aber wir haben trotzdem etwas rausgefunden. Und wir haben nicht etwas rausgefunden, sondern auch Karma bekommen. Das werden wir doch gleich wohlweislich einlösen. So, nachdem wir jetzt mit einer Shotgun ausgerüstet sind, sollten wir den entsprechenden Skill auch aufwerten. Gut. Dies lässt uns noch drei Karma übrig. Wir geben das mal auf Wellpower. Wir sind zwar selber keine Magierin, aber... Reduzierte Chance von gegnerischen Magieangriffen getroffen zu werden. Die Brotherhood probably retains Mercs like the ones that just attacked us for the security detail. Okay. You're gonna need a full team if you're heading to their chapter house. Hmm. Wir sollten uns besser sofort auf den Weg machen. I'm heading to the Universal Brotherhood. Call the Runners. Okay, wir haben noch... Wir haben 4.000 Nullien. Sollen wir diesen Borki anheuern? Combat Decker. Das wird zu teuer. Grim People. Grim People. Diese Namen teilweise. Decker im Nachkampf. Belonious. Blackhand. Blackhand. Samurai. Shotgun. Und Revolver. Ich glaube, wir brauchen hier Feuerkraft für diesen Auftrag. Johnny Boy! Samurai! Regel 1, hol dir eine Waffe. Regel Nummer 2, lade sie. Regel Nummer 3, töte je letztverdammten Fletzl von ihnen. Dreadlock, it's not the size of the drones, it's the will of the rigor. Okay, felonious to come submit. Beide von denen ist keiner mehr übrig. Außer Tom. Tom, der Brute. Können doch Shannon nicht mitnehmen. Okay, Decke. Die ist auswahl, die ist auswahl. Okay. fallen. Gut. Sie nehmen wir noch mit, Jesse Blue, Troll Samurai. Okay. Go to the Universal Brotherhood. Ja, wir gehen.